cute baby miley der kanal für kinder hallo heute gibt es was ganz besonderes und zwar ein super unboxing und zwar einer wii u premium pack mario kart 8 vorinstalliert und das gute stück machen wir jetzt mal auf schauen was da so alles raus kommt es richtig schwer die schaffung ist die box von vorne Ah, meine Güte! Mario 8 finde ich cool! Rennen fahren! Ah, da gewinnst du eh! Da ist noch ein Kabel! Da ist noch ein Kabel! Ganz viele Kabel haben wir, genau! Die sind alle anspricht! Dann haben wir das... Netzkabel! Das hier! Das hier! Das hier! Und das... Weiß ich jetzt noch nicht! Was ist das? Ein HDMI-Kabel für den Panzer! Wir haben ja keinen guten Pencil jetzt! Ein Netzkabel! Ja! Für das Tablet! Oh, lass bitte diesmal nicht fallen! Hm? Was ist das? Das ist das Gamepad! Und das ist ja das ganz tolle dran an dem hier! Das hat ja sehr viele Funktionen, die werde ich euch noch vorstellen in kommenden Videos! So spielen wir dann! Ja genau! Einfach die Regler hier! Sieht gar nicht mal an! Es geht gar nicht an! Wie soll es alles anstecken? Schaut richtig toll aus! Kann man auch hinstellen! Oder legen! Besser gesagt! Man kann sogar mit dieser Fun Bedienung den Fernseher steuern! Programme schalten und so weiter! Muss man sich dann einstellen! Und hier ist diese Stellfläche für die Amiibo Figuren! Wo? Und da kommt auch noch ein Video oder sogar zwei über die Amiibo Figuren! Die werde ich euch nur vorstellen und deren Funktion! Was ist das? Ein tolles Ding! Ein riesen Bildschirm! Oh! Da gibt es das! Ja, das ist das Gerät an sich! Also die Wii sozusagen! Ja, ich gewinne! Mit 32 GB Festplatte! Aber ich gewinne es halt! Also dann kann man gut spielen, finde ich! Und das ist auch schon eine gute Funktion! Das ist auch schon ein schöner Tab! Ich hätte auch mal einen Tab! Der ist so, der war fast so ähnlich, aber immer erst so gut! Und jetzt geht der aber nicht mehr kaputt! Genau! So, wir haben USB-Stecker und zwar vorne zwei und hinten zwei, also insgesamt vier USB-Steckplätze! Ein Steckplatz für SD-Karten! So, ganz schnell drin! Wow! Im HDMI-Ausgang! Sensorbar! Ach, das ist der Sensor! Hier natürlich das Lovework! Das wird noch fürs Gamepad sein hier! Das habe ich mal kurz! Hey! Was spiel! Genau! Das Ständer für das Gamepad! Das Gamepad spiel ich jetzt! Das sind zwei Ständer für das Gerät! Und natürlich viel Anleitung! Mario Kart 8 Quick Guide für die Steuerung und Funktionen im Spiel! So, ihr habt nun das Unboxing gesehen! Ganz tolles Gerät! Und den Test werden wir erst noch jetzt da machen, die nächsten Tage! Wir müssen uns selber noch einarbeiten in das Gerät hier und in die Spiele! Und es werden einige Let's Play Videos folgen mit dem Gerät! Und was ich euch schon verraten kann, ein Gewinnspiel! Und zwar wird es ein Videospiel zu gewinnen geben, aber ich habe natürlich kleine Bedingungen dafür! Aber das werdet ihr dann im Gewinnspiel Video selber sehen! In den zwei, drei Tagen wird es online gehen! Und dann könnt ihr ein Wii U Spiel gewinnen! Ja! 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 So, ich hoffe ihr hattet Spaß! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Schuss wieder! Untertitelung des ZDF für funk, 2017